Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. King Kralil BTK. Das Akronym BTK steht für Berlin Team Kuckoo. Nach dem Debütalbum Kuckoo Effekt ist es nun an der Zeit für sein zweites Album. BTK beinhaltet 15 Tracks. Features kommen unter anderem von LaRusso, Lidlano, Beto und Anonym. Das Album wird über Team Kuckoo veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Kurado 11. Stock Sound 2. Im November 2012 veröffentlichte Kurado sein Debüt Release 11. Stock Sound. Mehr als sechs Jahre später kommt nun der zweite Teil. 11. Stock Sound 2 kommt mit 14 Tracks und beinhaltet keinerlei Features. Das Album erscheint über sein Label Almas Musik und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.